Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's-Blo-Fass-Helten-6500%-Warn Ja, machen wir jetzt weiter in diesem Part Sorry, es war Leute, dass der letzte Part, den ich gestern noch gemacht habe, komischerweise keine HD-Qualität hat Oh, keine Ahnung, egal, Qualität, keine Ahnung, warum das siegt Ich musste sogar gestern diesen Upload-Nummer gestern nochmal zweimal machen Hier, und unsere Aufgabe hier ist es ja, wir müssen 50 Gegner erledigen Ach ja, aber eine Sache möchte ich kurz machen So Und weiter geht's Schild Ja Und da unten ist übrigens noch Bossleiste, die ihr hoffentlich seht Bin ich, meine ich Die hier, ja, hoffentlich sieht ihr die Aber komischerweise ist noch gar kein Boss vorhanden Ja, keine Ahnung An dieser Boss kommen soll Ach, muss ich nicht mal mit Hm Okay, erscheint nichts mehr zu sein Dann gehen wir mal weiter Ist da was? Ja, Gegner Fuck Fuck Noch ein Gegner Ich treff nicht, ich bin so dumm So, ich bin so dumm Und dann kann ich noch gar nicht sterben So, stirb So, sonst haben wir jetzt keine sterben So, stirb Der ist auch weg Der ist wohl auch weg So, ich bin so dumm 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 Marketen-Panzer. Oh, sag ich, ich seh dich nie, nie wieder. Ah, wieder so'n dummes Teil. Und nochmal so'n dummes Teil. 19 Jahre. 17 Gegner noch. Ah, sollst du die sterben? Du hier noch. Und nochmal so einer. Oh, was haben wir denn da? Okay. Ich hab' keine Ahnung, was es mir bringt. Egal, wer weitergeht. Wird schon irgendwas nützen. So, es ist auch erledigt. Noch 12. Gehen wir mal nach da. Was haben wir da? Nix. Ah, hier sind noch Gegner. 11. Und noch 10 Gegner. Ach, müssen das denn so'n scheiß Ding sein? Wer schießt auf mich? Du schießt auf mich da, dann musst du einfach mal sterben gehen. Warte auf. Ah ja, wenn er geht dann und neige, ich weiß. Ah, V-Bot. Ich hab' mich immer gern mit. Ich hab' mich auch gern mit. Ich hab' mich auch gern mit. Wohin fliegen wir? Wohin, wohin? Das ist hier die Frage. Und da bin ich doch gekommen. Nun ja, Leute, aber... Boah, das kotzt mich einfach nur an. Hm, wie wär's denn, wenn wir noch nach da fliegen? Ja, das gefällt mir schon eher. Ja. Gut. Damit haben wir nur noch 5 Gegner. Wir fliegen euch hier rein. Wir fliegen nur mal da entlang. Das hat sich doch mal gelohnt. Ah. Hm, komischerweise... Hä? Ah. Ah, da ist der Boss übrigens. Boah, bumm, ich bin tot. Okay, wer schießt da auf mich? Vielseitig. Gut, der ist auch weg. Der Plasma-Reiser. Ja, nimm ich gern damit. Und dabei können wir noch nicht lang schießen. Boah, muss ich einfach wieder in den Raum finden, wo du auch... ...verhaupt ist. Ja, wir sollten mal sagen, wir fliegen euch hier hinten lang. Und das war fucking fail. Und dann sind wir nämlich gekommen. Uff. Ja. Bisschen kotzt doch einfach nur an, Leute, oder? Was meint ihr? Okay. What the fuck? Okay. Was vier Gegner? Okay, noch drei. Noch zwei. Okay. Okay. Und... Hauptwort. Geht bloß, sterben. Und kein drei. Geht bloß, sterben. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Tum Schild. Aha. Werde ich schon wieder sterben? Nein, du wirst vor mir stemmen, du kannst teilen. Boah, wir haben es geschafft. Es steht zwar noch vier Enemies, aber... ...wir haben die Bisschen gepackt. Keine Ahnung, warum, egal. Interessiert mich auch nicht. Boah, wir haben die Bisschen geschafft. Bin ich so glücklich mit mir, oder? Ja. Boah. Ich muss ein Savi machen. So, wie gesagt, immer zu müssen. Wir sind in der Fall. Ich will sowas weniger wie der Park. Ich hab euch aufgeschaut. Immer zwei mit und in einem Park. Okay. Mal was gucken. Oh, guck, das ist ja cool. Oh, du kacke. Wie ist das denn? Okay, ich geh zwar wieder darum. Feinde tun wir den, wie es hier erst mal so steht. Ja, nee. Nee, das ignorieren wir erst mal. Oh, du schon wieder. Dann, auf Wiedersehen mit dir. Ach, die können noch nichts. Nein, nicht du. Wow. So, jetzt hab ich keine Raketen mehr. Aha. Pauport, Pauport. Und ihr wisst ja, was das heißt. Verdammt. Verdammt, er hat mich erwischt. Na, wartet, ich kriege hier aber noch. Pass auf, pass auf, pass auf. Komm her, komm her, komm her. Ich will dich umbringen. Hm. Hm. Ja, ihr seht schon da unten. Das ist komisch, wenn du hier ist der Boss. Für die komischerweise immer mehr Leben. Frag gar nicht erst mal, warum das anders liegt. Stirb. Ach, du bist weg. Oh, noch ein Pauport, hier hat mich auch keiner mit. Wir fliegen mal hier hoch, ich hab keine Ahnung, dass es in diesem Löffel abgeht. Stilleris. Ich will mich jetzt wohl nichts gegeben. Na ja. Matrix steht übrigens da unten. Ich bin grad mal aufgefallen, aber was soll's. Aber das könnte auch... Oh, jetzt bin ich ja schon wieder hier oben hin, ne? Sorry, Leute, ey. Ne. Das geht ja mal gar nicht. Fliegen wir mal. Ja, wir fliegen ja auch mit dem Kreis herum, das ist mir aufgefallen. Gut, dann gehen wir eben nach unten. Wir fliegen unten ein bisschen rum. Ah, das hat sich doch schon eher gelohnt mittlerweile. Gut. Ah, ich stelle jetzt mal wieder down. Bum, 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 bum. Du gehst auch weg. Und du gehst auch weg. Ach du Kacazor, das will ich jetzt mal mit. Jetzt kann ich das gerne aufsammeln. Nein, das ist ja nicht gegen die Wand. Gut, er ist auch down. Hm, was gibt's denn? Okay, das sieht doch immer noch ein Fortschritt aus. Wieso, er stirbt. Sie ist down down. Du auch. Hm, ja, das nehme ich mit. Boah, du gehst ja hier schon wieder. Dann gleich zwei davon. Nein, verdammt, ich bin tot. Ich bin einfach ficktes Leben. Noch eins. Noch eins. Na gut, ich glaube, ich habe die Lübele auch noch mitgezählt. Ah, das ist gut. Noch mal so ein Panzer. Und noch so ein Schleißpanzer. Okay, ich bin Game Over. Frag mich bitte nicht, warum. Scheiße. Das war ja mal kacke. Ja, das habt ihr dem erst mal in Game Over richtig gesehen. Verdammt. Oh, scheiße. Ich weiß, was die Energie... Äh, ich weiß, was die Energie da unten sein soll, Leute. Habt ihr's auch gerafft, wenn nicht? Ja. Dann Denk besser nach. Ja, das soll jetzt meine Zeit. Und wenn das Ding explodiert, dieses komische Ding explodieren sollte, dann sind wir tot. Ja. So könnte man das sagen. Das heißt also, wir sollten uns ja keine Zeit haben, sondern was so scheiße teile ich für mich. Also ist das mein Stück gleich kaputt? Boah. Nein, 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 nein. Ich würde das Ding haben. Oh, geil. Verlass mal Lisa. auch weg aber ich mache jetzt nicht mehr sterben ach so kacke okay das war viel weg hier weg hier haben nicht so ewig viel zeit gut jetzt weiß ich was das ding sein soll das muss diese energie das soll gar kein boss sein das soll immer eine zeit sein dann ich muss sofort hier raus ganz schnell das wird hier nervig die mission die sterben die kass wird das am anfang passiert ist ich verstehe ich mich jetzt nicht so sehr ich weiß es ist ein Teil der da weg da weg da und schließt Rakete gut weg 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 weiter auch das ist das ist so ein deutschland zufrieden dass ich mich jetzt überheilen Ich verstehe, jetzt habe ich es noch mal richtig gerafft Ah, wartet mal Wir machen mal einen kleinen Save Wir schießen mal auf das Teil drauf Aha Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Teil nicht kaputt geht Also Guck, ihr seht ja, die Gegner schießen dann auf solche Teile drauf Und diese müssen wir beschützen Jetzt habe ich es richtig kapiert, das ist keine Zeit Dann müssen die Gegner darin hinlernen, dass sie auf diese Teile schießen Super, nicht wahr? Ja Das heißt also, wir müssen nur dafür sorgen, dass diese Scheißteile da nicht kaputt gemacht werden Wo, habe ich dich letztes Mal gesehen? Oh gut Dann musst du jetzt tot Man Also manchmal braucht man auch ewig, um was zu kopieren in der Mission, oder? Aber jetzt haben wir es Also wir müssen dafür sorgen, dass die Gegner nicht auf die Teile hier schließen Und wir müssen noch 46 Gegner erledigen Mann Was denn jetzt ist Wie ist das passiert? Okay Ich hätte nur nichts zu geben Ich habe keine Ahnung, wie Aufnahme jetzt schon geht Ist mir auch sowas von egal, Leute Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ihr kriegt in jeden Fall zwei Missionen Ach so, wie viele Powerpots kriege ich denn hier? Du wein Also ich habe schon volle Powerpots, gut Ah, dann haben wir übrigens da unten, was wir schon mal gesehen haben Das ist eine Gitter vorhin, da sind wir jetzt gerade Ah, ich weiß nicht, ob wir leider volle Powerpots Ach, du kannst, muss ich jetzt mal suchen, wo sind denn hier noch bitte Gegner? Gehen wir mal hier hoch Das Aha, da ist noch einer Und ich sollte mal lieber schnell zurück Zurück, zurück, zurück Tschüss, 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 tschüss What, 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 what Nein, 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 nein Ja, lass das mal schön Es ist Wir ach du kacke ist ein bisschen nervig wie krützend ich war tschüss 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 nee ich hab mich mal absolut kein bock ach du kacke weg da weg da weg da weg da war siebenundzwanzig scheiße darf ich davon da anfangen Leute ich hab keine Ahnung ich guck mal kurz wie lange die Aufnahme schon ist und bis gleich geht es schon ungefähr 20 Minuten so kann ich mir vorstellen boah ja also wenn ich jetzt so wiedergeben overgehe dann mach ich es eben offcam offcream genau so ob man es sagen wollte aber das ist eine Kotz-Mission ehrlich gesagt muss ganz ehrlich sein das ist so eine Scheiß-Mission die kotzt mich einfach nur an das darf ich schon wieder die ganzen fucking Gegner die ich eigentlich schon erledigt habe nochmal machen das ist eh die Leute das ist mir sowas von egal ne oder ja ich hätte mir die auf fünf Leben denn ich hab wieder mal was gemacht ja was ah die möchte ich nicht aber einige werden die ich wahrscheinlich schon decken kann aber weißt du es alles ist bleeeh gut gut hier mach ich nochmal Savvy oh ey ey ich find die Mission zu ich find die Mission zu ich find die Mission zu so ich find die Mission zu ich find die Mission zu ich find das echt zum kotzen Leute sorry wenn ich das hier tragen muss aber es ist immer die Wahrheit kann man nur so eine scheiß Mission machen oi du bist Gott an den Ohren Savvy gut Du auch Gut, dann kommt ihr jetzt wieder Äh, euch erledige, ich die voll schneller Euch auch Ihr geht weg, ihr geht weg, ihr geht weg Weg da, weg da Lass das scheiß Teil ganz So, hier nochmal Sevi Wer schießt da? Du schießt, gut Dann kannst du auch mal sterben gehen Ach du Kacke, ihr, 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 ihr Wo, dort, wo, dort, wo, dort, wo, dort Geht es sterben Gut Noch 20 Ach du Kacke, das wird ja richtig 17 Wer schießt denn da auf mich? Ach du schießt auf mich, gut Tschüss Noch 14 Gegners Hoffentlich machen wir jetzt keinen Fehler, wenn ich da runtergehe Gut, da war nix Da war er fail Das will ich schon wieder gehen, wo wir gehen Dann mache ich eben offkill Hab ich euch ja gesagt Komm, 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 komm Gut, und Mission fail it Fucking off Ich mache es offscreen, bis gleich Ja, also ihr seht schon, ich melde mich hier irgendwie komischerweise jetzt schon wieder zurück Aber ich die bisschen noch nicht geschafft habe Aber ja Ihr seht, ein Boss Ein fucking Boss ist hier Das will ich euch gerade mal zeigen, es war gerade mal so aufgefallen Ja, wir sind ein fucking Boss Oh, also du hast mit ihnen, ich stirb Ich stirb, ich schießt halt auch 4 Geg- Eh, dass wir doch 4 Dings hätten, aber Ja, wir sind beim Boss Haben einen Boss-Gegner komischerweise Boom, 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 boom Ah, der macht gar nichts mehr gerade Der traut sich mich, mich anzugreifen Oh, geil, wir haben ihn erledigt Alter, wir haben einen Boss erledigt Hammer Ähm, save nochmal Sind noch 3 Gegner komischerweise im Level Oh, 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 fuck Fuck, 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 fuck Gut, 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 das weiß ich jetzt, wo die sind Weg, 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 weg Nein, ich schaff das immer noch kommt das gibt es nicht oder jetzt schaff ich das nicht mehr oder was das gibt es nicht der dsd nicht das schaff ich jetzt nicht mehr nur gegen diesen drei fucking gegner nein oder wenn ich jetzt im zweiten weg 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 und und so haben es geschafft leute und bin ich so froh ey leute noch einen 3 war das jetzt erledigt ja fucking Eben vor allem ist es gesagt hat aber ich bin so froh und und sie ist passiert etwas besonderes k k k es ist das Ende Ja, Leute, das ist das Ende, wir haben, ja gut, wir haben das Spiel noch nicht beendet, weil wir haben, wie ich euch ja gesagt habe, Leute, das war der leichte Weg, ja, das war eigentlich der einfache Weg sein von Faken, aber wenn die letzte Masse gerade wieder mal heftig war, ja, denn als nächstes machen wir den mittleren Weg. Ach, ja, schön, wir haben das Spiel durchgespielt, Leute, echte Armer, oder? Das war's. Okay, was passiert jetzt? Ah, gut, dann nehme ich hier, bitte sehr. Ja, bitte, das war's, das war, nein, natürlich noch nicht der 2 Versaken. Oh, hoppla, nee, nee, hallo, zurück, zurück, na gut, dann nehme ich, nein, tust du, ah. Entschuldigung, Leute, ich muss schon husten, na gut, man soll so ein Leichtdach sein, ah, hallo, jetzt bleibt mal was. Ja, so, 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 ich verarsch mich sogar noch die Steuerung. Und, da sind wir wieder. So, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sind uns in der nächsten Saison, aber nicht in dieser ersten Saison, nein, ich mach das Oststream, das eine, leider, denn das wird euch natürlich nicht interessieren, wie ich das nur wieder nochmal machen, nur, dass ich es halt nochmal schneller beendere. Wie gesagt, jetzt habt ihr ja den Leichtweg gesehen, in der nächsten, im nächsten Mal machen wir dann hier den mittleren Weg, also, wir sehen uns dann, wir sehen uns dann, auf Wiedersehen. Ach ja, das ist nicht vergessen, aber, wie das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ich den Daumen runter schreibt hier einen Kommentar und, ähm, ja, abonniere nicht vergessen, bis dann, tschüss. Bis dann.